Schau, die Malerei als Auflehnung gegen den Tod, bis die Geschichten sich lehren. Radier die Zeit, ein leiser Skandal. Wo beginnen, wo ansetzen? Dort sprießen die Stimmen. Verdammt ist, wessen Blick mich trifft. Gletscher schmelzen. Eine einmütige, demütige Menschenherde. Die Geister sitzen in den Wänden. Wir wollen die Zeit zurückgeben.